Borussias Bollwerk Mit 0 Gegentoren nach 5 Spieltagen hat der BVB einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Seine ehemalige Bestmarke, 381 Minuten, datiert aus der Spielzeit 2001-2002. An dessen Ende durfte Dortmund die Meisterschaft feiern. Auch, dass die Borussen an den ersten 5 Spieltagen ununterbrochen Erster sind, ist einmalig in der Klubgeschichte. Es gibt schlechtere Wege, um in eine Bundesliga-Saison zu starten. Das Ergebnis Dortmund spielte anders als sonst, gewann gegen den HSV aber trotzdem souverän 3 zu 0, 1 zu 0. Hier geht es zur Meldung. Hamburgs Perle Zwar setzte es für den HSV eine Niederlage. Doch mit seinem offensiven Pressing zwang er den BVB zumindest zu einer Abkehr vom typischen Ballbesitzfußball. Nur 54 zu 46 Prozent, den Thomas Tuchel einst etabliert hatte, und Neutrainer Peter Bosts noch verfeinern will. Doch dieses Mal stolperten die Schwarz-Gelben nicht in Hamburg. Das war schon mal anders. Seit der Saison 2012-2013 gewann der HSV fünfmal gegen seinen vermeintlichen Lieblingsgegner BVB, gegen keinen anderen Liga-Konkurrenten gelang dies häufiger. Die Dortmunder verloren in diesem Zeitraum einzig gegen die Bayern, ebenfalls fünfmal, genauso oft. Das war schon mal, der Schwarz-Gelben nicht in Hamburg. Vielen Dank.